Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play WoW BFA. Wir leveln mit der Schuhgurke. Geile Sache. Guck mal, das Schadensmeter, ne? Habe ich extra aufgehoben, ist auch gar nicht verfälscht oder so. Haha, ja. Wir wollen weitermachen. Wir haben noch Halloween, das heißt, wir nehmen lecker Bonus-EP mit. Und wir wollten ca. 70 Trilliarden neue Quests annehmen, die uns auch Richtung Allianz-Basis bringen. Ja, Horde Allianz dürfen wir nicht vergessen vor dem ganzen Seuchen-Untod. Und, äh, muss das da raustropfen bestimmt, oder? Wer braucht denn schon Dichtung? Verbreitet die guten Neuigkeiten. Bevor ich euch mit den guten Neuigkeiten zu Dr. Malefius schicken kann, werdet ihr einen einfachen Feldversuch der von mir modifizierten Seuche durchführen müssen. Die hohernden Toten strömen aus den Überresten von Alt-Wintergard. Beschlagnahmt eines der Gefährte am Osttor und fahrt mit ihm nach Nordosten durch den Pass der Vergeltung, bis ihr die Zwillingstürme in der südöstlichen Ecke von Wintergard erreicht. Feuert die Seuchenbombe auf die Untoten ab, von denen es in der Gegend nur so wimmelt. Und meldet euch anschließend mit den Resultaten wieder bei mir zurück. Alles klar. Und wir sehen, wir entwickeln hier quasi auch eine Seuche, die eben auch die Untoten, und wenn wir nicht aufpassen, uns ja alles selber umboxt. Das haben wir hier auch schon gesehen bei unserem guten Schlemiel. Ist bestimmt mittlerweile Schneemiel 87 oder so. Der gute Schneemiel-Junge, der hat sogar seinen Namen geändert, damit es nicht mehr so auffällt, dass er ständig verreckt und als Versuchsexperiment dient. Von daher, ja, müssen wir das natürlich testen. Na, führt kein Weg dran vorbei. Wir haben Spionagemeisterin Reppin. Keine Gnade für Gefangene. Wir haben noch mehr Narren für euch, die ihr umbringen müsst. Meine Männer berichten mir, dass einige unserer guten Bürger es geschafft haben, dem scharlachroten Ansturm in die Hände zu fallen. Das kann so nicht angehen. Geht zurück nach Neuherdweiler und tötet Todeswache Schneider, Chefschreiber Bariga, Ingenieur Hindermann und Kanzler Amai. Aber sie sagt, geht zurück. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich zurück und konnten die nicht vorher, ne? Berichten nach zu urteilen, sind sie über das gesamte Gebiet verteilt und werden in Käfigen festgehalten. Doch auf sie wartet zweifellos die Folter. Sprecht mit ihnen und tötet sie dann. Ja, das war auch nett, ne? Seid ihr hier oben, mich rauszuholen? Uh, uh, frag nicht, frag nicht. Beantworte erst mal meine Fragen und dann sehen wir mal. Ich erinnere mich an diese Quest übrigens. Ich erinnere mich an diese Quest früher, dass sie super, super ekelhaft waren. Ich weiß nicht mehr, ob es da der Fall war, weil Vodka war aktuell und tausend Leute gleichzeitig sind mit diesen Katapulten gefahren. Ich weiß nicht, ob es eine Daily war oder so, aber irgendwas Seltsames verbinde ich mit dieser Quest. Vielleicht war es ja auch nur immer mördermäßig verpackt. Vielleicht weiß es einer von euch noch genau. Todeswache Molder. Von den Belagerungsschmieden klauen. Ich bin mit der Zerstörung der Ballisten des Scharlachroten Ansturms beauftragt worden. Unglücklicherweise sind die Apotheker und ich über die Verteilung der uns gegebenen Ressourcen uneins. Also steht mir nichts zur Verfügung, mit dem ich sie zerstören könnte. Genaut Osten liegen die Aasfelder. Die dortigen Belagerungsschmiede der Geißel bei ihren Schmieden und Fleischwagen sind so etwas wie Meister der Verwüstung. Doch zum Glück lassen sie ihre Bomben einfach so herumliegen. Gute, gute Leute. Gute Leute. Ich möchte, dass sie mir das Zeug bringt. Vom Boden oder von den Schmieden selbst. Ist mir egal. Alles klar. Wir sammeln, looten und leveln und hier vorne auch noch. Die sind jetzt wieder wach geworden. Das habe ich ja schon öfter angesprochen. Da fuck? Wo kam der her? Hat er hier im Kürbis irgendwie gewohnt? Oder warum ist in dem Kürbis hinten jetzt ein zusätzliches Loch drin? Guck mal. Mein lieber Fenric Barlow. Zum Glück mit mir eh dazu. Wäre auch ziemlich pervers gewesen jetzt. Liebe Leute. Liebe Leute. Wir haben Hänsel Bauer. Ersatzpferde. Hallo meine Dame. Ich bin Hänsel. Schön euch kennenzulernen. Achso. Bevor wir jetzt mit Hänsel reden, Freunde. Weil mein Gedanken hier zu Ende zu bringen, bevor wir hier von diesem guten Mann irgendwie ganz, ganz seltsame sexuelle Praktiken lernen. Dass das jetzt so aufeinander aufbaut. Wir kamen hierher als der Dulli mit Hut. So und jetzt sind wir immer noch ein Dulli mit Hut. Aber wir haben einiges gerissen bekommen. Und deswegen sind die anderen jetzt wach geworden und denken sich, oh jetzt hier. Die Gurke gönne ich mir. Wir mögen die Bäume, Fenric. Sie geben uns Schutz. Sie lassen sie mich auch nicht fällen. Alles klar. Ja, ja, du. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Der hohe Exekutor kam zu mir und meinte, Hänsel, ich möchte, dass du uns ein paar neue Pferde beschaffst. Was meint er denn, wo Schreckensrösser herkommen? Aus dem Boden? Hänsel flüstert. Auf Pferdefriedhüfen tun sie das sogar. Nur gibt es hier keinen. Also müsst ihr nach Neuherdweiler im Süden gehen, die Ritter töten, ihnen die Reitgärten abnehmen und ihre Schlachtrösser stehlen. Wäre gut, wenn ihr dann mit dem Pferd zu mir reitet und mir die Züge gebt. Alles klar. Hat das was mit diesem riesigen Seuchenduschenbehälter hinter dir zu tun, Hänsel? Bestimmt nicht, oder? Bestimmt nicht. Und das waren früher so Quests, weil man hatte ganz am Anfang ja keine Ahnung. Und da dachte ich immer, das ist jetzt bestimmt so eine Quest, da kriege ich einen Mount dann geschenkt. Hier steht es schon, hier kriege ich dann so ein Skelettross, weil ich dem jetzt geholfen habe, kriege ich ein neues Reitier und so und dann kam raus, nee, ist nur eine weitere in diesem Sinne 0815-Quest, bei der nichts passiert. Das war immer krass. So die ersten Male in-game, die ersten Quests alleine, ohne Vater, ohne Cousin an der Hand und so weiter. Und dann in jedem Mist irgendwie was komplett überzuinterpretieren, wie ich es heute in meinen Lore-Videos mache, ne, so ist mir das ein Stück weit ja erhalten geblieben. Aber das war damals anders krass halt. Das hat man irgendwie alles anders gesehen. So nach dem Motto, yo, ich kann jetzt was reiten, das kriege ich bestimmt geschenkt aller, ja, am Arsch, ne, am Arsch. Es war nur eine Quest. Das ist ganz schön so diese, diese Unschuld, ne, diese Unschuld. Ich weiß nicht, ob ich es mit reinnehme in den Timewalk & Talk Part, aber es gab auch und auf Twitter eine Frage von jemandem, der, ich schätze mal, sehr, sehr neu so im WoW-Bereich ist und dann einfach mal gefragt hat, so kannst du mal deine ganzen Abklingzeiten, deine ganzen Abkürzungen erklären. Ich weiß immer gar nicht, wenn ich den Stream gucke, was damit gemeint ist, auch im Stream-Titel irgendwie so, was ist denn T-Mog, was ist denn jetzt AC und was sind irgendwie Tearsets und so weiter und so fort, ja. Wo ich so dachte, wow, ja, das sind die schrecklichen Folgen davon, wenn man niemanden hat, der einen quasi an die Hand nimmt, ne, oder wenn man vielleicht auch sich nicht traut zu fragen in der Gilde oder wenn man sich einfach generell nicht traut zu fragen und oder keine Gilde hat, weil man sich nicht getraut hat, nach einer Gilde zu fragen oder wie auch immer, es einfach nicht weiß, ja, so das ist krass und das ist auch so ein Ding vorne, wo ich sage, boostet nicht, boostet niemals eure Chars. Also wenn ihr auf Max-Level dann irgendwie fragt, was ist ein AFK oder so, ja, dann werdet ihr halt nicht direkt geschlachtet und wenn doch, solltet ihr euch über euer Umfeld Gedanken machen, aber es ist halt etwas, was mit der Zeit kommt, was man anhand des Spiels zu erlernen ist und so Fragen, die man dann halt in den ersten zwei, drei Dungeon-Gruppen vielleicht beantwortet bekommt oder so oder auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es heutzutage auch anders, ne, damals war das so, damals war das so, die Erfahrung werde ich auch nicht neu machen, deswegen kann ich nur von meiner Alten berichten, ne, von daher, ja, krasse Sache manchmal so, wie viele Sachen man auch abkürzenderweise im Alltag verwendet und dann kommt jemand, hat noch nie davon gehört und du denkst dich erstmal so, lol, bist du für ein Opfer, ne, und da war ja, wo soll er, wo soll er es hinher haben, dass er kein Wissen, was jetzt auf der Straße liegt oder wo Blizzard dich irgendwie anschreibt und sagt, hier, Tipp für Neulinge, äh, wusstest du schon, AC steht jetzt für Assassin's Creed, das, das wäre auch geil, so, wenn Blizzard so sagt, hier, AC ist Assassin's Creed, alle sind jetzt im Angebot, gönn dir mies, haha, unser Lieblings-Game, confirmed, was ist StarCraft, was ist Hotz, äh, das ist natürlich auch ganz interessant, oder wäre ganz interessant, ich hoffe nicht, dass es so ist und das, das war auch nochmal so ein Blickwinkel wieder, wo, wo man halt auch nicht vergessen sollte, äh, wie man selber angefangen hat, ja, wie man selber angefangen hat, so, das ist genau das Ding, wir brauchen die Pferde, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir auch, warum ich, äh, mich im letzten Part gewundert habe, oh, die halten ja so viel aus, also, warum das so ist, denn wir klauen von denen jetzt die Reitgärten und mit diesen Reitgärten, oh, ne, das wollte ich gar nicht, ja, gut, jetzt habe ich einen Wappenrock an, Alter, ist auch okay, ja, einen Wappenrock und mit dieser Reitgärte kontrollieren wir jetzt unser Hottehü und bringen das jetzt zurück zu ihm, wenn ich mich richtig erinnere, ja, gucken wir uns einfach ganz genau das an, oh nein, Galgrim mit Doppel-L und Doppel-M, oh, verdammt, ich wusste das bei dem einen Parttitel gar nicht mehr und habe es, glaube ich, dann falsch geschrieben, wie gebe ich dir denn das Fertil, ich dachte, du sollst ja duschen, hä, wait, Zügel überreicht, ja, wie denn, hä, Hänsel, Hänsel, ich habe hier ein, achso, ich habe eine Eins da unten, boah, wow, ja, Freunde, hat mir keiner beigebracht, hä, woher soll ich das denn wissen als Anfänger, wenn mich keiner an die Hand nimmt, hä, 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 ja, aber auch solche Sachen, die halt mit der Zeit kommen und die halt auch nur sich rauskristallisieren, wenn du ein bisschen aktiver, ein bisschen länger schon spielst, sich damit richtig beschäftigst oder eben Tipps von Leuten bekommst, äh, bekommst, auch diese ganze Sache, jetzt in jüngster Vergangenheit, wo ich, äh, ewig oft als natürlich alteingesessener Super-Elite-Spieler, hä, 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 äh, äh, bei diesem Magnaron immer wieder gestorben bin, ne, und mir dann Gedanken gemacht habe, hm, wie mache ich den, wie mache ich den, was sage ich für Optionen, kann ich einen Stunnen, nein, kann ich einen Kicken, nein, bam, bam, bam und so ganz viele Sachen eben durchprobiert habe, bis ich dann irgendwann zu Outrangen kam, aber ich bin der Meinung, dass nicht viele Anfänger irgendwie genau auf dieses Repertoire von Fähigkeits, ich sag mal, Counter-Aktionen, ja, kommen und so weiter, also kannst du ja in alle Bereiche jetzt einfach mal so ein bisschen selbst reflektieren in der Gamer-Welt und in jedem Bereich von PvE bis PvP aufgesplittet, nochmal Berufe, Schlachtfelder, Raids und was weiß ich nicht alles, ähm, und da kann man sich mal so selbst hinterfragen, was man da eigentlich alles gelernt hat, so wirklich an Wissen das Game betreffen, ob man das umgesetzt bekommt oder nicht, sei mal dahingestellt, ja, nur weil du weißt, wie man theoretisch Arati-Becken gewinnt, nämlich mit allen Basen wirst du es trotzdem nicht immer und überall hinbekommen, auch wenn du noch so viele schöne RBG-Streams von super-elitären Mega-Gamern schaust oder so, keine Ahnung, ja, und dementsprechend ist das schon krass, dann immer mal so ein bisschen mit dem Gegenteil, sag ich mal, konfrontiert zu werden, was aber jeder von uns irgendwann auch mal war, ja, also ein Gegenteil, was immer noch irgendwo ein Teil von uns auch ist, wisst ihr ja, wie ich meine, ist ein bisschen bescheuert zu beschreiben, aber das finde ich immer ziemlich, ziemlich krass, ähm, vor allem auch, weil ich selber auch die Reaktion immer habe, zuerst so, lol, WTF, ne, postest du jetzt ein Omega-Lull einfach drunter oder hilfst du vielleicht einfach, weil, woher sollen es die Leute wissen, ja, kann ich jetzt trotzdem hier abhauen mit dem Pferd, ja, leckt mich Leute, ich geh nach Hause, das ist jetzt mein Pony hier, ne, komm, verabschiede dich hier von deiner Exodia, das ist jetzt meine, ist ja auch ein nerviger Hund hier auf seinem Pferd, oder, mache dich weg jetzt, komm, du musst ja nicht für Feminismus kämpfen und so weiter, wir akzeptieren dich auch so als starke Frau, sag ich doch, funktioniert überhaupt kein Problem, man muss nur mit den Leuten richtig reden und dann geht das auch, ja, dann geht das auch, oder auch solche Sachen wie, äh, BRB mit Be Right Back und das sind alles so Sachen, die man über die Jahre irgendwie mitbekommen hat, ja, insofern, das fehlt halt einigen, klar, und das fehlt dir dann auch noch, vor allem natürlich, wenn sie boosten, aber auch so, so schnell, wie man heutzutage levelt, bam, 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 bist du oben und hast gar keinen Plan vom Tooten und Blasen, ne, kannst du vielleicht ein bisschen deinen Charakter spielen, weil du zwei, drei Fähigkeiten durchgelesen hast, die du an Levelphase bekommen hast, ach, Leute, ist schwierig, ich fordere, es ist schon, oder, es ist auch ein Stück weit Wissen, was man sich in diesem Spiel über dieses Spiel aneignet, irgendwo auch eine logische Sache, ne, aber da denkt man, was ist mit dem Pferd jetzt, haben wir das Hirn rausgelötet, oder, das züngelt nur noch linksseitig jetzt rum, äh, 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 sehr, sehr gute Sache, und da denkt man halt nie drüber nach, ja, es sei denn, du wirst damit konfrontiert, deswegen wollte ich auch gerne mal ansprechen, weil es bestimmt auch bei euch so ist, ja, da macht man sich halt keine Gedanken drüber, Ersatzpferde, ja, gute Arbeit, nichts ist schöner, was, nichts ist schöner als das, ja, das, äh, wunderschön, wunderschön. Ihr habt Galgrim einen großen Dienst damit erwiesen, diese Pferde zu besorgen, Schorkin. Galgrim, ach, ich muss den Partitel ändern, ich hab's extra nochmal gegoogelt, ich war mir nicht mehr sicher, ne, Galgrim, war's jetzt echt von Galle so, eingedeutscht und Co, oder ist es Galgrim, ja, und dann hab ich natürlich Galgrim gegoogelt und hab dann als Verbesserungsvorschlag das mit nur einem L in der Originalversion bekommen, warum auch immer, aber das, äh, so ein Fehler, oder, Freunde, ich muss mein Deutsch-Abi wieder zurückgeben, ich habe den Stadtnamen Galgrim im Partitel falsch geschrieben, das ist sehr, sehr belastender, manchmal ist es so, kennt er das auch, wenn er so Worte, die man ständig vor sich hat oder auch die man gerade noch vor sich hatte und er müsste die nochmal schreiben, ist bei mir besonders krass, wenn ich jetzt ewig nur mit Tastatur gearbeitet habe und dann auf einmal so wieder mit Kugelschreiber, Füller oder wie auch immer schreiben muss oder möchte und dann, weiß ich, ich stelle mich manchmal an und weiß dann, weiß ich nicht, wie man welches Wort jetzt genau schreibt, so, man ist sich eigentlich sicher, aber dann hält man so in und denkt sich, warte, weil man auch die Bewegung mit der Hand nicht so oft gemacht hat in der Vergangenheit, wisst ihr, wie ich meine, total beknackt hatte ich früher dann auch mega oft, wenn wir noch im Familienurlaub waren zusammen und dann Postkarten geschrieben worden oder so oder irgendwelche Gästebucheinträge so in Ferienwohnungen und dann habe ich da geschrieben, damals nicht ganz so krass, da war ich ja noch in der Schule, da war noch nicht mit iPad und Co, aber war natürlich auch schon hardcore suchtig und dann dachte ich manchmal auch so, ja, hier Muskelgedächtnis und wie war jetzt so und dann nicht und Druck schreibt, ja, also so mega confusing, mega verwirrend alles, ist schon kacke irgendwie. Wir haben Todeswache Schneider, denkt ihr, ihr könnt mich ja rausholen, Schurken? Ja, äh, wo, wo sind die eingesperrt? Achso, ja gut, wir können die ja finden. Habt ihr sie sehen können? Ne, habt ihr sehen können, wo sie den Abwasseringenieur hingebracht haben? Ne, äh, du, das Gute ist, das Gute ist, liebe Todeswache Schneider, wir hätten die jetzt fragen können, wo die sind, aber wir haben ja optimierte Questsysteme, deswegen können wir sie direkt mal hier, zack, zerab, äh, ach, wir fangen, okay, wir bekämpfen sie in ihrem Käfig, das ist ja auch schön und darum müssen wir sie natürlich nicht mehr befragen, weil wir haben sie ja zum Glück auf unserer Minimap angezeigt und darum ist das für uns, elitäre Superspieler, überhaupt kein Problem, ja, da gucken wir uns einfach die Abkürzung auf der Minimap an und dann ist das überhaupt kein Ding. Ja, am besten macht ihr einfach ein verdammtes Volksfest aus meiner Anwesenheit, Freunde, das ist wirklich überhaupt kein Problem, da stehe ich total drauf, Mann, da stehe ich wirklich total drauf, absolut geile Sache. Ah, und jetzt kriegst du noch ein Vergift und dann bist du auch weg, ne, so einfach ist es, Freunde, so einfach ist es, kurzer Prozess mit den Gefangenen. Das sind halt alles so Sachen, wo man, glaube ich, sonst nie drüber nachdenkt, ne, ich hatte das jetzt auch alles, wie gesagt, nur in den vergangenen Tagen, ansonsten, äh, fuck it, oder? Äh, also, weiß ich nicht, ob ihr jeden Tag beim Einloggen dann so drüber siniert und irgendwie, äh, weiß ich nicht, durch den Wald von Elvin lauft, ja, mit Slowwalk, hier mit RP-Walk, wo es so ganz langsam nur geht und euch dann alles anschaut und euch denkt, ach ja, hier an diesem Baum hab ich das erste Mal gepisst und da hinten bin ich zum ersten Mal an einem Kobold verreckt oder wie auch immer, ja, ob ihr euch solche Gedanken macht, ich auf jeden Fall nicht, deswegen ist es für mich immer wieder so ein, so ein kleiner erfrischender Nostalgie-Kick, ne, wenn eben sowas passiert, also das mit den Fragen und Unklarheiten bei Abkürzungen und Co., nicht jetzt unbedingt das mit dem vermissten Schreibvermögen IRL, sag ich mal, wobei, kann man da IRL schon, schon trennen? Eigentlich nicht, ne, das ist dann eher so ein digitales, analoges Ding und nicht irgendwie so, ich kann nur noch in-game schreiben. Ja, vielleicht, vielleicht kommen wir, dass die Quintessenz jetzt von beiden Themen irgendwann dahin, dass wir uns wirklich nur noch mit Abkürzungen verständigen können, diese Abkürzungen so anglizismenartig in unseren Hörnen verankert sind, dass keiner mehr genau weiß, was heißt jetzt AFK, was heißt Gaming, mir ist jetzt T-Mog, was heißt BRB und so weiter, ja, und man kennt die Bedeutung gar nicht mehr, also die ursprüngliche Bedeutung der abgekürzten Wörter, aber das Wort selber hat dafür eine eigene Bedeutung. So, und dann sagen wir nur noch Brfgafg oder so und dann weißt du genau, ah, okay, der ist kurz weg und auch gleich wieder da und nicht mehr an der Tastatur, ne, Brfgafg, so, fertig, weißt du, richtig Kafka-esk, Mann. Und da wären wir wieder bei Breaking Bad. Kanzler am Mai, ich weiß nicht, was passiert ist, ich war gerade in Galgrim angekommen und dann wache ich mit einem Mal in diesem Käfig auf. Seid ihr hier, um mich zu retten? Ja, rettend würde ich das nicht nennen, mein Guter, was soll das bedeuten? Haltet ein, ich zahle das Doppelte, wie viel auch immer ihr bekommt. Du, ich bekomme bestimmt wieder irgendeinen komischen Halsreif oder so als Anteil an der Beute. Das, das kann man, das kann man nicht ausgleichen, das kann man nicht aufwiegen, was das für einen emotionalen Wert für mich hat, ja, so einen abgeranzten Halsreif zu bekommen, nachdem ich 300 Goldkisten geludet habe. Der ist tot. Zastermann, nein, Zastermann ist tot, das ist der, von dem die ganzen Zalando-Trolle immer reden, das ist ja mega traurig. Nö, jetzt, jetzt bin ich traurig, weißt du, die ganze Zeit denke ich, ach man, verknüpfe hier nice Themen und so, weißt du, und machst du dein, dein kleines Schreib-Hören-Fehler-Problem. So nenne ich es einfach mal, ja, machst du einfach publik, vielleicht kennt es wer und so und Abkürzung. Und dann ist jetzt Zastermann tot. Hey Fräulein, wie wär's, wenn ihr mich hier rausholt? Leider nein. Eure Karriere bei der Stadtreinigung könnt ihr wohl vergessen. Das ist natürlich schade, ne? Nein, ich flehe euch an, bitte tötet mich nicht. Aber das, ich meine, das sind auch echt Zivilisten, das sind jetzt nicht mal Krieger so irgendwie, ne, bei denen wir vergessen haben, denen eine Giftfiole mitzubringen oder mitzugeben, dass sie sich dann selber töten können, wenn sie gefangen genommen werden, damit sie keine Geheimnisse in der Folter ausplaudern oder so. Das ist halt schon wieder ihr Verlassenen-Style. Das ist auch eine ganz gute Sache. Ja, ich meine, mittlerweile sagt das, glaube ich, keiner mehr, aber von wegen, so Zivanas, Zivanas, ist so nicht und so. Ja, die Verlassenen, die waren schon immer so drauf. Wir haben hier keinen Respekt irgendwie vor solchen Sachen. Es juckt die nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Ja, Wahnsinn. So, wir haben doch eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn wir nur den Reiter töten, das Pferd dann ganz, ganz lieb und nett wird, oder? Ich hoffe, das war nicht nur so eine Erfahrung, die jetzt so random aus der Ecke geschossen kam. Ich hoffe, das ist auch weiterhin so. Ja, ein Liebespferdchen, oder? Ein Liebespferdchen. Und unser letzter. Wenn du die Freundlichkeit besäßt, mich hier rauszulassen. Oh gut, ihr seid hier, um mich zu retten und jetzt lasst mich hier raus. Heute nicht, Chefschreiber. Haha, dafür kriege ich euch dran, Schurken. Er hat das noch nicht so ganz verstanden mit dem endgültigen Tod, ne. Naja, jedem seins. Jeben seins. Ich hätte ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Ich bin ja Freund von Worten. Ich bin ja Freund von, äh, weiß ich, von Formulierungen und von geisteskranken Ausmaß eben jener Sachen. Und da hätte ich ein bisschen Angst auch vor so einer Zukunft, so wie bei South Park mit dieser Zukunftssprache, ne, wo alle Sprachen zusammengeschmolzen sind und dann, äh, weiß ich nicht, verständigt man sich nur noch über so eine Höh-Laute so irgendwie, ne, wie so einatmen-mäßig so einatmen und dabei irgendwelche guturalen Laute von sich geben. Ja, und das ist irgendwie der Weg auch dahin, ne, wenn wir nur noch in so Abkürzungen denken und schreiben und machen und ja auch durch Games und schnelllebige Welt im Allgemeinen dazu gezwungen werden. So, wir hatten Zeit heute noch irgendwie einen ellenlangen Text bei WhatsApp zu schreiben oder so. Hatten wir noch zwischen Arbeit, Pause und Coffee to go gar keine Zeit mehr, ne. Und so weiter. Also wir werden ja eigentlich auch von allen Ecken und Kanten dazu gedrängt, uns immer schneller und bündiger auszudrücken und so weiter. Auch um zu verhindern, dass er gegenüber irgendwas ansatzweise missverstehen könnte. Dass er nicht getriggert wird und sich direkt anzeigt wegen Hate Speech oder was auch immer. Ja, also das bedingt sich alles auch irgendwie gegenseitig so. Dass alles immer nur noch runtergebrochen wird, ja. Und keiner traut sich mehr, irgendwas richtig zu sagen. Und wenn doch, dann bitte so kurz wie möglich, weil keiner hat mehr Zeit. Nicht mal der, der was erzählen will. Also irgendwie auch eine Zukunft, ne, die ich jetzt hier so ein bisschen zusammengebastelt habe aus den beiden letzten Themenbereichen. Aua. Aua. Dann doch lieber im Käfig verenden, oder? Hochexekutoramt. Was? Ihr habt angenommen, wir würden euch ausschicken, um sie zu retten. Warum sollten wir das denn tun, wenn sie bereits gezeigt hat, dass sie ohne weiteres gefangen genommen werden? Norden ist ein kalter Org, Junge. Ein kalter Org. Ja. Ein kalter Org, Freunde. Norden ist ein kalter Ort, Junge Schuhgurke. Ich schlage vor, ihr gewöhnt euch daran. Ja. Scheint so. Foltert den Folterer. Genug. Ich möchte, dass wir den Qualen meines Volkes ein Ende setzen. Der Folterer des scharlachroten Ansturms. LeCraft, Alter. LeCraft erzwingt auf blutigste Art und Weise Informationen von allen, die von diesen Scheusalen gefangen genommen werden. Ich muss wissen, was sie wissen. Aus gewissen Quellen habe ich erfahren, dass sie sich im Keller ihrer Kaserne, die sich gleich neben der Schmiede befindet, eingerichtet hat. Ich werde euch mein eigenes Brandeisen ausleihen, damit die Arbeit auch richtig erledigt wird. Findet ihn und beschafft euch die Informationen. Als Freund des Todes für das Startgebiet ist, Freunde, triggert mich der Begriff Brandeisen sehr, sehr krass. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann freue ich mich einfach nur für euch. Wirklich. Wir hatten auch noch eine, oder? Habe ich das geträumt? Hö? Ne, wir haben jetzt nur noch den Foltermeister, ne? Wir haben nur noch den Foltermeister. Ja, also, ich bin confused, liebe Leute, confused von meinen eigenen Themen und Zukunftsaussichten. Crazy stuff. Ja? Crazy, crazy stuff. Was anderes kannst du dazu auch echt nicht mehr sagen. Wir machen mich selber platt. Überhaupt kein Problem. Natzen wir richtig schön kaputt. Überhaupt kein Ding. Der Folterer. LeCraft, Digi. Beste Leben. Beste Leben. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Gehen wir noch in die Kaserne und Freunde, worauf ich auch gespannt bin, ist euer Erinnerungsvermögen. Denn, ich möchte kurz daran erinnern, dass wir auch früher hier nicht fliegen konnten. Ne? Das heißt, wer sich vielleicht jetzt auch denkt, oh Mensch, was mault ja da rum irgendwie mit den unoptimierten Quests und so, ist doch kein Problem. Als Schurke und so weiter haben wir ja auch noch Verstohlenheit. Kommen hier überall durch. Aber früher konntest du eben nicht hier rüberfliegen. Da musstest du hier schön durchreiten und musst ja nicht denken, dass du da nicht abgemountet wurdest. Oder die Viecher, weil sie humanoide sind, dann ihre Freunde mitgebracht haben oder so. Und wenn es dann hieß, reite da nochmal rein. Dann konntest du erst mal eine Viertelstunde einplanen, hier überhaupt wieder in diese Festung reinzukommen, weil hier vorne schon galoppa galoppa war. Wenn dann nicht ein anderer Kollege gerade auch gequestet hat, der dich sowieso platt gemacht hat. Dann war der Spawn gerade in solchen Festungen. Nicht von schlechten Eltern. Und dann immer wieder hin und her, rein und raus. Dann vielleicht auch mal Pause, pinkeln gehen, ausloggen, morgen weitermachen. Und du durftest dich jedes Mal aufs Neue hier durchkämpfen. Ich weiß, wir müssen in den Keller, aber ihr wisst, ich checke gern immer auch oben nochmal. Wegen Kisten oder wegen Rare Mobs oder was auch immer. Deswegen in so Festungen kann man immer nochmal rumstärsen. Der letzte Part oder einer der letzten Parts war ja eh zu kurz. Von daher können wir den jetzt auch zu lang machen. Oder damit kennen wir uns eh besser aus, Freunde. Müssen wir doch keinem was vormachen. Aber wir sehen schon, so richtig irgendwie was mit Looten und Leveln hier ist nicht. Hier steht sogar noch so ein Kettenhemd, was wir für eine der anderen Quest hätten brauchen können. Ja, und das war es anscheinend. Hier ist nochmal eine Fußsoldatin. Haben die aber keinen richtigen Festungsraum. Warte mal, wenn wir da wieder rauskommen, dann muss es doch hier auch noch reingehen. Oder nee, hä? Warte, ich bin gerade verwirrt, liebe Leute. Ich bin gerade, ah nee, hier wollte ich glaube ich hin. Zweimal her. Hier ist doch der Oberkammer. Da ist der Kommandant. Kommandant Jordan oder Kommandant Jordan. Vielleicht möchte ich doch auch so genannt werden. Okay. Coole Sache. Yo, das hat sich mega gelohnt, hier einmal rumzuschleichen, Freunde. Ja, und das ist, wir haben die Vorzüge als Schorke, wir haben die Vorzüge als Vollequipter über Twink. Ja. Und wir können auch noch fliegen. Also das ist einfach nur der Lifestyle. Da ist unser Folterer. Ähm, Brand mag ihn. Mindestens fünfmal. Okay, ich hoffe, das ist auch so skaliert, dass er das überlebt. Ne? Da müssen wir gleich mal, müssen wir gleich mal gucken und lassen uns dann überraschen, wie das aussieht hier. Pass auf, wir stunnen ihn erstmal schön. Oh, er ist immun. Okay, das ist schon mal nicht ganz so gutes Zeichen. Dann gehen wir mal raus aus Verstohlenheit. Und dann hier, Bäm, Brandeisen. Okay, ich hoffe, wir überleben das. Jetzt die Frage, was ist besser skaliert? Wir oder er? Ah, von mir bekommt ihr gar nichts, zreckige Nachtgeborene. Wartet, wartet, was wollt ihr wissen? Das ging schnell. Ich weiß, ihr seid die Schurkin namens Schuhgurke. So ist es nämlich. Oh nein, wir wissen, dass ihr unsere Rüstungen, Waffen und Pferde gestohlen habt. Recht clever. Wir wissen, dass ihr nicht wisst, warum wir immun sind gegen die sogenannte Geiße. Großadmiral Westwind hat den Hochab irgendwie dieses Gebet gegeben. Ich flehe euch an. Nicht mehr. Bitte. Bäm. Und noch einer. Ah, bitte. Wir wissen, dass ihr einen Spion habt. Als einer von uns verkleidet ist. Da, da habt ihr alles, was ich weiß. Bitte Gnade. Hört auf. Okay, der als einer von uns verkleidet ist. Oh, jetzt müssen wir aber wirklich mal lieber noch ein CD mit reinziehen. Holla, vielleicht hätten wir ihn auch zuerst schwächen sollen. Taktik war jetzt nicht so geil. Wir müssen ihn aber auch töten, logischerweise. Alter. Er hat die halt sogar mit Feuer gefoltert oder was. Holy fuck. Wow. Das ist aber ein unwürdiger Name für diesen Mann. Das muss ich mal so sagen. Das ist nicht schön. Das ist ja hier Pussy-Folter. Ja, habt ihr nicht damit gerechnet, dass es in die Richtung geht. Aber so ist es. Die Rute des Zwangs. Ein Stabfeld aus Lee Crafts toter Hand. Er ist mit pulsierenden magischen Runen versehen. Hat er damit seine Geständnisse bekommen? Der Hochexekutor sollte sich das besser einmal ansehen. Ja, damit können wir jetzt natürlich auf Spionenfang gehen. Und wir haben hier anscheinend auch in diesen Kreisen höchst interessant natürlich wieder eine gewisse Immunität. Eine Immunität möglicherweise durch das Licht. Wir sprechen hier natürlich auch von Äbten und Äbtissinnen und so weiter und so fort. Von Gebeten. Ja, mal sehen, wie die Jünger des Lichts hier auf ihre Immunität pochen können. Oder ob auch das vielleicht nur eine große Lüge ist. Das gilt es sicherlich in den nächsten Parts rauszufinden. Höchst interessant auch mit Hinblick auf das, was uns in den folgenden Story-Entwicklungen im aktuellen Content ebenso erwarten könnte. Mal schauen. Der Hochexekutor foltert den Folterer. Die wussten das alles und wer zum Teufel ist dieser Großadmiral Westwind, den er erwähnt hat. Der Hochexekutor murmelt vor sich hin und meint, dass er Überraschungen nicht ausstehen kann. Gut zu wissen. Besser das, als nur Vermutungen anzustellen. Ich hoffe, dass ihr euer... Ich meine, dass ihr mein Mal hinterlassen. Ja, wir haben draufgepinkelt. Habt ihr den Stab dem Folterer abgenommen? Haben wir. Leacraft hatte ihn bei sich, meint ihr? Das ergibt Sinn. Ich habe so etwas früher schon einmal gesehen, als ich noch jünger war. Zu der Zeit, als Lordaeron noch bestand und ich als Folterer in den Diensten des Königs Terenas stand. Hallöchen. Man nennt es ein Stab des Zwangs. Der Hochexekutor ringt die Hände in hämischer Vorfreude. Ich habe eine Idee, wie wir ihn uns zunutze machen können. Ja, und die Verleumdung werden wir uns beim nächsten Mal dann gemeinsam ansehen. Die bedeutet, wir haben 69 Prozent. Ja, großartig. Großartig, großartig. Ich hatte wieder überhaupt keines dieser Themen geplant. Ich fand das aber wieder selber, so für mich selber, für meinen eigenen Gedankenhorizont, fand ich das wieder sehr bereichern. Das ist immer krank, worauf man so kommen kann, wenn man einfach mal die aktuellen Entwicklungen auf die Spitze treibt und dann auch auf dieser Spitze oder von der Spitze ausgehend weiterspinnt. Das ist manchmal schon echt beängstigend, oder? Ich finde das krass, dass es so mir nichts dir nichts beim Zocken nebenbei möglich ist, oder? Soweit einfach mal zu spinnen. Das ist schon irgendwie krass und zeigt, glaube ich, dass wir gar nicht so weit davon weg sind. Üff. Aber wir sind auch nicht mehr weit weg von Level 78. Yay, da ist die Positivität. Liebe Leute, wir sehen und hören uns im nächsten Part, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Shows!